So Leute, willkommen zurück zu Dominations. Diesmal etwas schwieriger Weltkrieg. Ich zeige euch heute Abend den ersten Angriff wieder. Gegen Königsblut. Ziemlich aktive Allianz, hat Weltkriegsregeln. Keine Rusher dabei. Die 1 ist ausgemaxt. Ich schaue mir noch einmal an, ob er was verändert hat. Also starker Gegner auf jeden Fall. Alle Gebäude gemaxt. Geht gerade ins Industriezeitalter, habe ich gesehen, aus seiner normalen Basis. Ich werde von hier unten angreifen. Dann hoffen, dass ich mit Sabotagen möglichst viel rausnehmen kann. Truppen sind alle fertig. Dann los. Yes. Jawohl. Boah. Oh, das hat die Hütten gemacht. Das kann ich gerade nicht sagen. Alter, es will da. Guck mal, das geht aus 4-10-10. Das geht aus 4-10-10. Jawolle, Junge. Oh, wie geht es los? Boah, schüt. Alter, ich rass auf. Ey, es ist viel besser gelaufen, als ich dachte. Läuft das wieder. Ich habe das ganz schön schritten gelieb ein bisschen. Ey, die Eichständer sind ein bisschen sicher. Boah, frittes Ding, mein Mann. Oh, Spaß. Für ein paar Hölfner sind es verfrögered rausbekommen. Die haben ihn versammelt, bis hier nicht mitbekommen. Ich gehe gleich mit so an. Das ist einmal hier, wo ich mal so gut habe. Oh, wunderbar, Leute. So muss das laufen. Guck mal, das Ding hier, komm. Oh, fantastisch. Boah, selten so ein Hütten, wie das hat. Alter, Flüder. Taktik hat perfekt funktioniert. Besser ging es nicht. Ich habe noch ordentlich Hütten, wie das. Drei Kanonen, die Bolz natürlich schaden waren. Alexander bedelt sich hier schon noch ein bisschen. Boah, ich konnte eben nicht mehr reden. Ich war eben so aufgeregt, weil ich nicht wusste, was passiert. Ich musste mich wirklich hinter Mäuse anzuschießen. Wann muss ich zu Dabrotasie rausleben? Ich muss nicht mehr schäden. Boah, schau mal, wie schaust du mir gut. Boah, ich bleib, das wird mit 5 Sternen. Wenn die Kanonen endlich recht sind, die gehinderten Mauern umzugreifen. Dann wird das mit 5. Ne, ich greife gar nicht die Mauern ein. Ich bleib, das sind die Kanonen, wenn er drauf ist. Ne. Geiles Ding. Boah, geil. Yes, Mann. Ey, jetzt muss ich gerade sagen, ich will absolut nicht arrogant worken. Aber da habe ich mir absolut keine 5 Sterne zugetraut. Boah. Absolute Erlösung gerade. Boah. Boah, stark. Huh. So, Leute, Weltkriegsangriff. Ich habe gerade einen kleinen Höhenflug. Bevor ich abstürze, sage ich euch mal, bis demnächst bei Dominations. Wir sehen uns, zweiter Weltkriegsangriff. Wir sehen mal, wie die Kiste jetzt läuft. Haut rein, schönen Abend noch. Ich habe gerade einen kleinen Höhenflug. Ich habe gerade einen kleinen Höhenflug. Danke. Danke. Danke.